Heute geht es um Reddit und damit hallo und willkommen zur neuen Folge Online-Geister, Folge 69 aus unserem Studio im wunderschönen Halle an der Saale und diesmal wird alles anders und wir kommen gleich zum Thema. Kurze Info, sonst hatten wir immer unsere Hausmeistereien, unsere News am Anfang, dann danach das Thema der Sendung. Wir machen es jetzt ab der Folge 69 einfach mal umgekehrt, weil auch so ein paar Einschreibungen von euch kamen, dass ihr halt eben gerne das Thema am Anfang hättet und die News dann nochmal kurz nachgeschoben. Genau, gebt uns Rückmeldungen, wie es euch gefällt, ob ihr es so passender findet, ob ihr lieber die News zu Beginn haben wollt. Genau, und ansonsten geben wir unsere drei Hinweise zum Thema der Sendung. Erstens, wir geben einen ersten Impuls, zweitens für Feedback sind wir immer erreichbar und drittens alle Infos zur Sendung unter ronnergeister.com und socialmediastatistik.de und damit würde ich sagen, los geht's. Ja, heute wollen wir uns mit Reddit beschäftigen und frage ich mich natürlich zuerst mal, warum erst jetzt? Wir haben fast 70 Folgen, eine Radiosendung, einen Podcast über das Internet, Social Media und Reddit ist eigentlich, also bezeichnen Sie selbst als die Startseite des Internets. Warum kümmern wir uns erst jetzt darum? Das kann verschiedenste Gründe haben, auf die ich nicht weiter eingehen möchte, vor allem aber bei Reddit, abgesehen von bestimmten Zielgruppen in Deutschland, in der Masse eher noch nicht bekannt ist. Ich merke das zum Beispiel bei den Social Media Seminaren sehr häufig. Wenn ich Reddit anmerke oder vermerke, auch eben als Startseite des Internets, wo ja auch verschiedenste Trends geboren worden sind schon, viele Leute kennen das schlicht nicht. Es ist auch sehr bezeichnend, dass im Oktober 2021 Reddit überhaupt erst in einer deutschen Sprachversion erschienen ist. Also es gab fast immer schon deutsche Beiträge auf Reddit, weil es ist ja international erreichbar, die Seite. Aber die ganze Seite an sich ist auf Englisch gehalten, die Schaltflächen, die Benutzoberfläche etc. Genau, also die deutsche Übersetzung der Webseite mit den Buttons und allem kam halt erst im Oktober. Obwohl Reddit im Vorfeld ja schon häufig von sich hat Reden gemacht, aber halt mal mehr, mal weniger direkt. Ich glaube, am ehesten haben wir es bei Hashtag WallStreetBets Anfang 2021 mitbekommen. Stimmt, da war das groß in den Medien, weil da halt die ganzen Leute waren, die aufgeklärt haben, was hier gerade passiert mit den GameStop-Aktien. Es ist schon wieder so ewig, es ist so viel passiert seitdem. Es fühlt sich zumindest lange her an. Aber genauso auch diverse Subreddits an der Stelle, wie zum Beispiel TheTrump oder TheSchultz. Die hatten so vor allem 2016, 2017 ziemlich von sich Reden gemacht. Aber also, dass ja, wie gesagt, im deutschen Raum eigentlich so bekannt ist, was mich ein bisschen wundert, aber ich auch verstehen kann. Also in meiner Blase, sowohl im Freundeskreis, als auch wenn ich Internetvideos gucke, auch auf Deutsch, für diese Reddit ist sie für alle ein Begriff. Das ist im Prinzip nur ein Forum, wie es im Internet schon gibt, seit es das WWW gibt. Genau. Eigentlich ganz simple Angelegenheit an der Stelle. Vielleicht erstmal aber noch kurz zum Einordnen. Was ist überhaupt Reddit, wie funktioniert es? Wie gesagt, es wird gelegentlich als Startseite des Internets bezeichnet. Ist halt so eine Art Internetforum. Wir werden uns das aber gleich nochmal direkt anschauen. Und für die Größenordnung, wir bewegen uns bei Reddit global, weltweit betrachtet, bei etwa 430 Millionen Nutzern und etwa 1,6 Milliarden Visits, also regelmäßigen Websites besuchen. Denn, wichtiger Hinweis, Reddit, da brauche ich nicht unbedingt ein Konto dafür. Ich kann auch einfach die Webseite reddit.com aufrufen und ähnlich wie YouTube und andere Plattformen auch, ohne ein Benutzerkonto zu brauchen, diese Webseite zumindest mir anschauen. Interagieren geht zwar dann nicht, aber wie bei YouTube ja auch, kann ich mir Videos angucken, ohne dort gleich ein Benutzerkonto zu benötigen. Und Reddit gibt es ähnlich, also ich kann sagen, ähnlich wie Tumblr, weil da gibt es halt auch alles. Also es gibt einfach reine Textbeiträge, die dann diskutiert werden, die Leute die Fragen stellen, wie beim schönen deutschen gutefrage.de oder ähnliches. Gutefrage.net, aber ja. Gutefrage.net, kannst du ja gutefrage.de auch noch? Egal. Egal. Das kann man machen, man kann Bilder posten, es gibt reine Bilder unter Reddits, also alle Subreddits, die jetzt aufgeteilt sind, immer zu einem bestimmten Thema, zu einem Fandom, einer Fangemeinde, politische Gruppierungen, Spiele, Videospiele, also wirklich zu fast allem gibt es ein Subreddit. Genau, also ein Subreddit oder eben Unterforum, um Redditsprech, gibt es halt wirklich zu jedem Thema, auch politische Wahlkämpfe, Börsenspekulationen, andere Trends, die haben häufig bei Reddit ihren Anfang genommen. Wer sich vielleicht noch an diese Rezo-Videos, die Zerstörung der CDU und Vergleichbare erinnert, gerade dieses erste Video, wo es eben, das war 2020 glaube ich gewesen, oder? Ungefähr, ja. Zerstörung der CDU, nee, noch früher eigentlich, der ist schon 2019, Corona haut einmal, du deckenest alles irgendwie durcheinander. Zeit ist relativ. Da gab es halt eben dieses Video und das war halt, bevor das überhaupt irgendwie groß Tagesthema geworden ist, das hat sich am Ende wirklich einen abendfüllenden Nachrichtenformate auch geschafft, wurde es halt eben auch schon eine Woche vorher bei Reddit diskutiert. Also das ist wirklich so auch der Trend und Hype-Schmier irgendwo, wo sowas am Anfang diskutiert wird. Was gerade aktuell irgendwo passiert, ist sofort Reddit-Frontseite, in den Subreddits diskutieren alle, was eine Woche alt ist, ist Schnee von gestern, ist antik im Prinzip, aus der Sicht von Reddit. Leider gibt es für Deutschland keine offiziellen Nutzerzahlen, aber wir haben mal ein bisschen rumgerechnet zusammen mit Social Media-Statistik und laut Global Web Index sind 13,1 Prozent der deutschen Internetnutzer auch bei Reddit aktiv. Wenn wir von 67 Millionen Online-Nutzern ausgehen, laut ARD-ZDF-Online-Studie, werden wir also bei circa 8,7 Millionen Menschen, also wirklich ganz grob, irgendwas, 8, 7, 6 bis 8 oder 6 bis 9, irgendwas in der Größenordnung. Es ist eine ganz grobe Schätzung, aber wir sind auf irgendwas um die 8 Millionen Menschen gekommen und es sind halt leider keine offiziellen Zahlen, nur Schätzungen, aber so als grobe Orientierung. Also Reddit bewegt sich in einer ähnlichen Größenordnung wie beispielsweise Snapchat es tut oder auch es ist etwa halb so groß wie Xing und LinkedIn in Deutschland. Haben wir schon gesagt, seit wann es Reddit gibt? Reddit kann man da sogar zu einem der Urgesteine des Internets beziehen, die gibt es nämlich schon seit 2005. 2005 ist also dann ungefähr so alt wie YouTube, die waren ja auch 2005. Ja, genau. Richtig, okay. Ein ganzes Stückchen älter ist das erste Musikstück, diese Sendung. Das ist nämlich passend zur Sendungsnummer der Summer of 69 von Brian Adams. Brian Adams mit Summer of 69 und damit sind wir zurück in Folge 69 von den Online-Geistern und wir sind bei Reddit. Wir haben jetzt in der ersten Hälfte viel darüber geklärt, was Reddit eigentlich ist, wenn es das gibt, wie es aufgebaut ist, aber jetzt wollen wir mal reinschauen, wie Reddit eigentlich aussieht. Wenn es da zehntausende Subreddits gibt, zu verschiedenen Wolkenformationen bis hin zu Scholz und Putin, Videospiele, Musikbands, verschiedene Fangemeinden. Was ist denn eigentlich? Reddit.com, wir machen es auf. Direkt der erste Top-Post, Gespräche zwischen Scholz und Putin haben begonnen und man sieht die beiden an diesem gigantischen Tisch sitzen. Genau, darunter haben wir dann gesponsert Werbung, darunter haben wir dann ein, ich sag mal, deutsches Meme im weitesten Sinne. Dann auch wieder was deutsches. Das ist eine klassische Karikatur, die könnte man so in der Frankfurter Allgemeinen sehen. Genau, könnte vielleicht auch entsprechend sein. Gibt noch einen längeren Tisch und da kommt schon direkt Musik, jemand spielt aus seiner Linkshänder-Gitarre. Genau, und so weiter. Ansonsten, es hat jetzt erst mal als deutsch gehalten an der Stelle, was an sich erst mal nicht schlimm ist, aber was schon mal eine deutsche Aussage ist, okay, Reddit trackt offensichtlich, aus welchem Land wir kommen und spielt uns dann halt eben beliebte Beiträge in einem Newsfeed. Das kann man sich ein bisschen wie bei Facebook, finde ich, fast vorständige Optik. Ja, genau, man scrollt da durch, man kann das upvoten, downvoten, das ist hier der Unterschied. Bei Facebook kannst du nur eine Reaktion machen. Bei Reddit kann man upvoten und downvoten. Das Gespräch zwischen Scholz und Putin zum Beispiel hat 1.400 Upvotes ungefähr und dann kann man auch kommentieren, man kann es teilen, man kann es als Bookmark setzen. Genau. Ist es jetzt, weil es gerade ein heißes Thema ist oder weil wir als neutral aus Deutschland kommen, haben wir jetzt erst direkt Politik? In dem Fall einmal, weil wir aus Deutschland kommen, das ist ja weiter oben ja schon direkt markiert. Wir haben ja ganz oben, ja, heute im Trend so Themen von Kanada über The Book of Boba Fett, also so eine Disney-Streaming-Serie von Star Wars. Wir haben letzte Woche, die letzte Folge, also immer noch heiß diskutiert. Genau, bis halt eben dann zu sonstigen Themen, also man merkt, es ist so ein Mix aus Meme-Kultur, aus Popkulturellem, aus tagesaktueller Politik, also wirklich zu allem eigentlich. An der Seite kann man dann weiter navigieren, das oberste, was uns vorgeschlagen ist, top süß-Community, süß mit drei Ü. Ja, es gibt auch Reddit Premium, insofern wir wissen schon mal, wie Reddit sich durchaus finanzieren kann an der Stelle, dass sie halt eben mit Premium-Sachen arbeiten. Und eben die gesponserte Werbung, direkt als zweiter Beitrag, der auch nur drei Upvotes hat und keine Kommentare, will keiner sehen. Aber ansonsten halt eben, wir haben halt eben heiße Beiträge ganz am Anfang, also im Sinn von heiß diskutiert. Kannst du heiß umstellen, wir wollen nichts Heißes sehen, wir wollen was Lustiges sehen. Ja, ich klicke gerade mal, aber nö. Top-Gaming-Communities hat jetzt eben umgeschaltet. Genau, Nintendo Switch, Crusader King, Overwatch, D&D Next und so weiter wird mir hier vorgeschlagen. Und auch eine gute Mischung, Konsole, Videospiele und Tabletop. Also wirklich ein wilder, wilder Mix aus allen möglichen Themen, aber ansonsten wirkt Reddit an sich erstmal, finde ich, relativ aufgeräumt. Was ist, wenn ich jetzt was suchen möchte? Wir haben, Brian Adams ist jetzt glaube ich zu naheliegend, aber wir haben gerade Folge, nein, so schliebe ich nicht in 69. Es gibt auch pornografische Inhalte auf Reddit. Ja, ich weiß, you were 34. Ja, definitiv, aber es gibt eben auch die entsprechenden Subreddits dafür, also man muss nicht auf einschlägige Seiten, Reddit hat das ebenfalls, wobei strafrechtlich relevante Sachen natürlich gelöscht oder gar nicht erst hochgestellt werden. Genau, aber das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Hinweis, also es gibt auch pornografische und sonstiges, FSK 16, 18 etc. Material bei Reddit. Das ist dann im Normalfall und muss auf jeden Fall auch gepflegt, markiert werden. Ja, das ist halt erst ab dann und dann freigegeben, dafür braucht man wieder ein Benutzerkonto. Also nicht nur als quasi Meldung wie bei YouPont oder sowas, bist du 18 Jahre, nein, sondern wirklich, wenn Leute, auch erwachsene Leute bei der Arbeit Reddit durchscrollen, dass die nicht plötzlich nach der Brüste aufploppen oder so. Das ist definitiv geschützt, man kann nicht aus Versehen drauflegen. Oder sonstige zensierte Inhalte, die erst ab einem gewissen Alter freigegeben sind. Das muss jetzt nicht zwangsweise nur Pornografie sein. Aber dahingehend ähneln sich Reddit und Tumblr durchaus, dass sie halt eben beide so eine Art einfach Internetforum sind, wo man ja auch bei Reddit kann man Kanäle, bei Tumblr kann man Nutzer dann entsprechend abonnieren. Und da wird man halt einfach mit im Newsfeed mit den Beiträgern angezeigt. Aber Unterschied finde ich, sowohl bei Tumblr wie auch bei Facebook, bei diesen klassischen Social Media Plattformen, da musst du erstmal Leute abonnieren. Da bekommst du traditionell ja eher nicht automatisch was angezeigt. Bei Reddit, ich finde, es geht in die ähnliche Richtung, wie man das auch von TikTok beispielsweise kennt. Du wirst ja sofort geflutet mit Content. Das ist erstmal nur nach 15 Content, aber du hast halt erstmal gleich Material. Du musst dich nicht mal anmelden dafür. Fällt dir irgendwas Nischiges ein, wenn ich auf Reddit gehe und habe gehört, da gibt es zu allem was, was ich jetzt oben im Suchfeld mal auch reinhauen können? Ich probiere mal Lego-Anzucht. Finde ich ausreichend nischig, ja. Gibt zumindest nichts auf deutsches. Gibt keine Ergebnisse, dann einfach nur, was heißt Leguan auf Englisch. Muss ich gerade selbst überlegen. Iguana, genau, Iguana war das. Okay, probiere mal Iguana, denn vermutlich dürfte man wesentlich mehr finden. Da gibt es schon direkt R slash Iguana mit 418 Mitgliedern. Ja, was heißt Iguanas aren't atheist. Iguana, also Liguanas sind keine Atheisten. Ja, mit 837 Mitgliedern. Also wir haben uns für die Zucht interessiert, sind jetzt aber gerade Iguanast offensichtlich religiös. Oder jetzt erstmal Liguana an sich. Ja, ich würde mich interessieren, was deren Begründung ist, warum Iguanas keine Atheisten sind. Also dann sind wir halt in so einem Subreddit mit drinne und. Okay, das ist schon ziemlich. Lizard Man, okay, das geht dann schon in sehr nischige Bereiche. Ah, das sind scheinbar irgendwelche. Fan-animierten Sachen, also sieht es so ein bisschen aus, wie mit Paint gemalt und dann. Ja, irgendwelche Comics-Sachen, gucken wir mal, vor 8 Monaten, ist noch relativ aktuell, aber. Alter, Liguana und das Meer. Wird vielleicht schon ein bisschen, wird vielleicht schon ein bisschen zu nischig an der Stelle. Special Interest. Ich gebe jetzt nochmal was anderes ein, probieren wir mal irgendwas, was jeder mag, was halbwegs notar ist, Ice Cream. Also ich würde es auch auf Englisch in dem Fall wieder probieren. Da könnte man die größeren. Oh ja, da. R slash Ice Cream mit über 12.000 Mitgliedern. Da würde ich sagen, oh, Matcha-Eis, japanische grüne Teesorte übrigens, sehr, sehr lecker. Was haben wir noch? Review Secret Amara Ice Cream von einem entsprechenden Hersteller, Moncherie Ice Cream Rose. Moncherie ASMR Ice Cream. Also verschiedene Leute haben hier Bilder von ihren Eisbechern, von ihren Eiswaffeln, YouTube-Videos zur Eisherstellung. Stratzatella-Joghurt, wie man das in Eis umpacken kann. Und wieder gesponserte Werbung, weil man muss ja dadurch. Und so weit. Und dann verschiedenste Hersteller, verschiedenste Mach-Variationen von Eiscreme. Also auch hier, oh, Halloren-Kugeln. Gibt es immerhin auch. Ja. Wo wir aus dem schönen Halle an der Saal begrüßen. Auf Englisch auch. Halloren-Balls. Ice Cream-Rolls. ASMR. Eiscreme ASMR? Also wir werden ganz nah am Mikrofon gegessen. Ja, also ASMR ist so Audio-Genuss für, also auch im Podcast-Bereich. Also Leute machen sinnlich nah am Mikrofon Geräusche, die einige Leute sehr als angenehm empfinden. Ja, Audio-Feel wird das ja auch gerne genannt. Klingt erstmal, dass es erotisch sein könnte. Es ist teilweise auch oft, aber einfach nur Entspannungsgeräusche ohne Hintergedanken. Und gibt es offensichtlich auch für Halloren. Also insofern auch gleich wieder ein weiterer Faktor, wo man sagen muss, auch für Unternehmen durchaus eine wichtige Angelegenheit, bei Reddit zumindest aktiv die Sachen zu scannen. Denn man könnte selbst vielleicht mal gefeatured werden in einem positiven Kontext. Oder wenn es negativ ist, vielleicht auch einem Shitstorm vorbeugen an der Stelle. Denn es gibt kein Thema, was es nicht gibt bei Reddit. Oh, ein Video mit einer japanischen Eisdiele in Bangkok. Und wir haben richtig geile Sorten. Okay, Deckel drauf. Ich würde sagen, bevor ich dich dazu sehr abdeckte mit Eiscreme, das war vielleicht nicht die beste Idee. Ich meine, es sah sehr, sehr lecker aus, aber ich hatte auch Hunger drauf. Es ist warm in diesem Studio, findest du nicht auch. Aber vielleicht nochmal auf die Startseite zurückgehen. Man kann sich da verlieren in Reddit. Ja, das ist nämlich auch dieser Faktor, finde ich. Also wenn du halt auf der Startseite bist, du hast dich noch kein bisschen eingeloggt oder sonst wie. Du hast dann halt eben auch schon oben so Trendthemen, die auch mit Grafiken hervorgehoben sind, wo du dich drinnen verlieren kannst. Dann hast du halt natürlich einen scrollbaren Newsfeed. Ein scrolling, ja. Aber ansonsten muss ich sagen, also es ist ja nämlich eine Optik so ein bisschen an die Facebook-Startseite im Sinne von Newsfeed zentral, so ein paar Sachen drumherum. Aber ich finde, Reddit ist noch relativ aufgeräumt. An den Seiten so viel weniger. Egal, ist da hier bei unserem Browser im Studio gerade ein Adblocker oder sowas drauf? Nee, gar nicht. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Seiten normalerweise noch groß werbbar sind, aber das hat bei Reddit auch nicht. Also in dem Scroll muss man aufpassen, was davon ist jetzt gerade von Nutzer hochgestellt, was davon ist jetzt irgendwie gesponserte Werbung. Das fällt nicht immer auf, da muss man aufpassen. Aber die Werbung sticht nicht negativ groß animiert heraus, zumindest nicht mehr als irgendwelche Nutzer-Videos, die plötzlich anfangen zu spielen. Reddit einfach slash.de ist, glaube ich, das Hauptaufstelle für, wenn man deutschsprachigen Content haben möchte. Wie heißt das Ding auf dem Kassenband zum Beispiel? Dieser Plastikschleifen. Kubi, nächster Kunde, bitte. Ah, ja, okay, gut. Warentrainer ist die formale Bezeichnung. Skeletor-Memes, auch alle auf Deutsch. Ja, also wir scrollen hier gerade auch einfach noch schön ein bisschen mit weiter. Also es hat eben... Taschlicher Werbung. Also es hat wirklich, ja, was hier steht gerade? Katholisch.de wegen falscher Formel. Tausende Taufen ungültig. Ach, ha jemini. Bei Reddit. Bei Tja. Das ist das deutscheste. Ja, es gibt eine Tja-Community. Und hier genauso auch oben drüber übrigens eine Meldung von der Tagesschau direkt von vor zwei Stunden, also in der deutschsprachigen Subreddit. Also es ist ein wilder Mix aus allem. Hier zum Beispiel ist gerade ein TikTok-Video kurz mit eingeblendet. Also insofern wird es auch mit einfach weitergeteilt. Dann ist hier ein Screenshot der Wikipedia mit dabei. Wie gesagt, erstmal halt wirklich nur ein Message-Board, ein Nachrichtenforum. Alle Leute können da alles posten von Bildern, reinem Text, Videos, Musik. Oft auch eben woanders gehostet. Also auch YouTube-Videos oder TikTok. In dem Fall aber, das kann halt auch direkt GIFs abspielen oder halt Bilder direkt hochladen. Dann wird da fündig. Aber generell muss ich sagen, finde ich, Reddit von der Optik, also es wirkt stellenweise sogar etwas altbacken, muss ich sagen. Wenn man sich so modernere Sehgewohnheiten, eben durch Snapchat, TikTok etc. Wenn man das gewohnt ist, wirkt jetzt zumindest die Website von Reddit ein bisschen altbacken. Was jetzt nicht schlimm ist, aber halt gerade bei diesen moderneren App-Formaten, die sehen ja natürlich nochmal ein bisschen anders aus. Aber es liegt vielleicht auch darin, weil hier auch noch recht viele Textinhalte, Bildinhalte mit dabei sind. Und man halt eben auf Plattformen wie eben TikTok und Co. Da ist dann fast ausschließlich ja nur Video. Aber auch seit es Reddit gibt, hat sich das Interface nicht groß geändert, oder? YouTube hatte mal ja mal eine Phase, wo die gefühlt alle halbe Jahre die Oberfläche aktualisiert haben. Jetzt hält es sich seit einer ganzen Weile in diesem modernen, relativ glatten, angenehmen Look. Aber Reddit sieht, glaube ich, immer noch so aus wie vor 15 Jahren. Größtenteils ja. Also es gibt zwar bei Reddit auch inzwischen zum Beispiel einen Dark Mode, also dass man halt eben den Bildschirm abdunkeln kann. und worüber auf jeden Fall recht stark bei Reddit diskutiert wurde, ist das sogenannte Reddit Talk. Also Reddit hat sich anscheinend dazu entschieden, auch das Thema Social Audio stärker in den Fokus zu rücken. Also es gab ja Clubhouse im letzten Jahr, dann gibt es ja die Twitter Spaces, bei Facebook gibt es ja auch diese Audio Rooms für Gruppen beispielsweise und auch für Profile, dass man halt einfach im Grunde eine gewaltige Telefonkonferenz macht von der Logik, nur halt eben dann halt eben rein auf Audio basieren. Also man könnte es als Telco bezeichnen, Telefonkonferenz oder halt eben als eine gewaltige Videokonferenz, nur halt eben nur im Audioformat. Also eigentlich eine recht simple Angelegenheit, die durch Clubhouse im letzten Jahr sehr, sehr viel Beachtung gefunden hat. Clubhouse selbst ist eigentlich schon wieder in einer Versenkung verschwunden, weil halt eben Twitter, Facebook und Co. die Sachen kopiert haben und eben Reddit auch. Also die haben sich halt auch stark jetzt mit engagiert. Und ich finde auch, ohne mich einzuloggen, wenn ich einfach rechts oben auf dieses Profil-Button damit klicke, habe ich den Dark Mode, Münzen, also mehr Zeug wird da auch schon getitelt von Reddit, gibt einen Premium-Zugang und hat eben gleich dieses Talk an der Stelle, direkt so beim Hilfe-Center in der Nähe. Und ansonsten für einloggen, registrieren bei Reddit, nur mal kurz als Hinweis, geht mit Google, mit Apple-Konto oder halt eben klassisch benutztes Name und Passwort. Also E-Mail-Adresse am Ende. Genau. Ja. Aber das über Google und Apple anmelden, das haben inzwischen ja wirklich sehr viele Internetseiten. Apple, muss ich aber sagen, ist durchaus neu. Also ich kenne eigentlich die Variante mit Google und mit Facebook, das hat man recht häufig. Eine Weile gab es auch mal mit Twitter anmelden. Also ich kann solche Social Logins nennen, die sich an sich zwar nicht empfehlen, weil man damit natürlich in dem Fall jetzt hier Google bzw. Apple all die Login-Daten gibt, denn wenn du mal dein Google-Konto verlierst oder es dir gesperrt wird, dann hast du auch keinen Zugriff auf Reddit und Co. mehr. Das ist jetzt hier zwar vielleicht ärgerlich, aber kann in anderen Sachen ziemlich blöd werden. Bequemlichkeit auf Kostensicherheit. Korrekt. Ich mache es auch am liebsten mit E-Mail-Adresse, wobei dann auch alles mit E-Mail-Adresse läuft. Und wenn die weg ist, habe ich keine Ahnung, wie ich da wieder rankommen soll. Und viele ja auch einfach über YouTube, über Google, die E-Mail-Adresse laufen haben und dann ist es fast das Gleiche. Ja, das ist dann. Ob wir das mal angeben oder Google-Konto verknüpfen. Ja, das ist dann zumindest der Tod des Accounts an der Stelle. Was mir in den Sinn gekommen ist, als ich über Reddit oder Allgemein Messagesports gehört habe, ist die Band Seal & Arda, die sich nicht auf Reddit, sondern quasi auf dem bösartigen Cousin von Reddit fortschauen, über das wir keine Folge machen werden, keine Sorge, gekommen ist. Der hat da nämlich nachgefragt, welche beiden Musikrichtungen hättet ihr gerne, die ich verknüpfen soll. Und die Antwort, die dir am besten gefallen hat und wo sofort eine Band gestartet hat, das ist Seal & Arda. Das sind Gospel und Black Metal. Das waren Seal & Arda mit einem Lied vom ganz neuen Album Death to the Holy, eine Band, die quasi durchs Internet gegründet wurde. Black Metal in Verbindung mit Gospel, schwarzer amerikanischer Musik, düsterer geht es dann nicht mehr. Und damit sind wir fertig mit Reddit. Viel mehr sagen wollen wir darüber auch gar nicht. Also man kann natürlich viel, viel mehr darüber Reddit sagen, aber am besten ist es einfach auszuprobieren, drauf zu gehen, gucken, haben die eure Themen dort vorrätig, würde ich jetzt sagen. Aber gibt es zu Reddit zu euren Themen? Mit großer Wahrscheinlichkeit ja. Alles weitere unter www.reddit.com. Können das gerne mal ausprobieren. Ist jetzt keine Empfehlung sonst wie von uns, aber Reddit ist halt eben eine Plattform, die immer relevanter wird in Deutschland und wo ich auch selbst sagen kann, kann man sich mal angucken. Also es ist auf jeden Fall einflussreich und man soll zumindest mal davon gehört haben, was es ist, was es auf sich hat. Es einordnen können, wenn es wieder irgendwo heißt, Reddit treibt Aktien in die Höhe. Oder halt nicht oder was auch immer. Aber wo wir gerade bei Aktien sind, das ist ja dann unser, in dem Fall jetzt mal nächstes Thema.